geradeaus oder geradeaus das ist also die neue waffe aus dem event cultural marathon hat nur kleine poetile wie in der wind die frage ob sich das überhaupt lohnt aber weil wie genau der ist so 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 ab da rechts ja von rechts kommen schüsse da müssen weiter nordosten da kommt schlüssel das ist ein halber weg weg hat koko 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 und aber lange nicht mehr gehabt okay liegt in richtung schweinefarm so schweinefarm hinter schweinefarm sind in dem wasser weit weg gegner glaube ich bin mir nicht sicher ne ich glaube das war nur der zombie vergesse es war nichts nach mühle müssen wir südosten meine zeit ja schon getötet ja offensichtlich scheiße der zeit läuft ab okay warte erledigt also wir müssen immer noch nach südost bei der klob kolo ist aber ja ja scheint so in diesem wasser abend zu sein und spitze von dem druck ist dreier geht auch haben unter rechts ist das deine? ja okay ich bin es weiß ganz in 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 Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du? Was ist so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was ist so einfach ohne was zu sehen? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen? Was hast du so einfach ohne was zu sehen und soft. Ich schaffe … Auch fest! Was ist das? Guckt euch noch mal rum. Jetzt. Da ist es. 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 Ich hoffe. Ich hoffe. Ich habe schon gesagt. Also ich habe den Eindruck die Leute gehen momentan echt mehr auf Kills. Das ist schön für uns. Ich kann gut Geld verdienen. Ich habe den Eindruck. 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 den Eindruck. Ich habe den Eindruck. Ich habe den Eindruck. Schau mal. Ich habe den Eindruck. Gut, dass ich noch was gesagt habe. Kindergarten. Ich habe recht, weil ich es gesagt habe. Ja, guck, ihr habt doch recht, ihr habt. Hä, wo ist die? Ah, da. Die ist dran. Mal zur Aufrichtung. Oh, die verfolgt sich. Verfolgt sich? Pass auf, jetzt ist eine Falle vor. Ja. Ich glaube, eben Raben wegfliegen hören. Dann setze ich hier gleich auch rein vor. Und hier ist eine vor. Hier müsste noch eine vor. Ah, hab noch. Was? Falle. Falle. Oh, ist das süß. Wo wirst du noch Fallen setzen? Was war's? Ich hoffe, du kannst da noch alleine hinsetzen, wenn du willst. Ja, kann ich. Wir haben, glaube ich, alles. Du kannst höchstens doppelt Fallen setzen. Hab ich schon gemacht. Oh, ich verstecke mich hier drin. Hab eine ganz süße Ecke gefunden. Guck. Hier. Da verstecke ich mich jetzt rein. Ist du da? Ja. Ausgang ist im Süden. Da kommt aber was. Das hat mich gerade irgendwo explodiert. Auf jeden Fall kommt da was, was einen lebensweit eine weniger hat. Tschuldigung. Mit ihr das Video, Boss, wird Teil auf. Nein. Jep. Gott, die sind direkt nebeneinander. Alles gut. Ah, boah, fuck ich, das wollte gerade weglaufen. Gott, die sind direkt nebeneinander. 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 vorbei ja ja jetzt hinten ist auch was auf ich weiß nicht ob ich schon ab Ich bin weg da. Noch eine. Der kam gerade in die Kurve. Der duscht die Tür geradeaus. Hinter euch jetzt wieder. Ich hab noch einen Strich. Ich bin ganz tot jetzt. Ich hatte eine Bombe in der Pampe. Schade. Schade. Ich konnte nichts mehr machen. So schade. So schade. Wir hatten auch in dem Moment am Messer gegriffen. Das war jetzt einfach Pech. Da kamen jetzt so viele nacheinander. Ich weiß ja nicht wie viele Teams waren das. Das war ja Hammer. Zwei oder drei Teams müssen das gewesen sein. Das war bestimmt noch das eine Team. Ja das von oben. Denke ich auch. Das wird ja gar nicht mehr auf mit Leuten die reinkamen. Hä? Nicht mal auf die Anzahl Kills. Nur vier Kills? Da hatte ich echt gefühlt. Den Eindruck es wären mehr gewesen. Also es war Team 1 und Team 2 waren es nur. Von Team 1 haben wir einmal gekillt. Also anscheinend war das ein Trade. Da hat einen von uns gekillt. Dann wurde er gekillt. Dann der zweite hat einmal gekillt von uns. Und der dritte wurde auch gekillt von uns. Also Team 1 war eigentlich tot. Und dann Team 2. Da hat einer dreimal einen von uns gekillt. Und der zweite hat einmal einen gekillt. Und wurde dann selbst gekillt. Und der dritte hat dann wieder zwei von uns gekillt. Also das war also Team 2. Ja aber wie können die so oft wieder da sein? Ja die haben ja nicht gekillt. Also nur einen einzigen haben wir gekillt. Und die anderen zwei haben uns dann Platz gemacht. Die haben immer mehr gepusht, gepusht und irgendwann hast du ja auch nichts mehr. Das ist ja nun mal so. Du lachst. ato is wir doch doch wieder weg. rum